Hey, mein Name ist Nick von Unicorn Finance und in diesem Video zeige ich dir, wie du auf Kraken Kryptowährungen an eine andere Wallet senden kannst bzw. wie du von einer anderen Wallet Kryptowährungen auf Kraken empfangen kannst. So kannst du mit dieser Anleitung zum Beispiel Bitcoin oder andere Kryptos auf dein eigenes Ledger Wallet oder deine Lumi, Metamask, Trust Wallet, Tresor, Zengo oder Bitbox Wallet senden oder du transferierst die Kryptos eben auf eine andere Börse. Falls du noch keinen Kraken-Account hast und dir gerne erstellen möchtest, mach das am besten über den Link unten in der Videobeschreibung. Darüber unterstützt du nämlich nicht nur diesen Kanal, sondern landest du auch auf der richtigen Kraken-Seite. Das Senden und Empfang von Kryptowährungen funktioniert generell über Wallet-Adressen. Eine Wallet-Adresse sollte dabei eben von einer Wallet generiert und im Idealfall eben nur einmal verwendet werden, um eben Rückschlüsse auf die Wallet zu verhindern, um eben deine Privatsphäre zu schützen. Der Empfänger teilt dabei zur passenden Kryptowährung dem Sender eben seine Empfangsadresse mit. Der Sender sendet dann eben an die erhaltene Wallet-Adresse die entsprechende Kryptowährung. An der Stelle auch nochmal ein wichtiger Warnhinweis. Für jede Kryptowährung bekommst du in deinem Kraken-Account eine separate Adresse angezeigt, auf die du eben Kryptowährungen auf deinem Account einzahlen kannst. Es gibt eben nicht die eine Adresse, an die alle Kryptowährungen auf deine Kraken-Wallet gesendet werden können. Sendet dir beispielsweise jemand an deine Ethereum-Adresse Bitcoin, werden die Bitcoin nicht ankommen und sind für immer verloren. Der Schaden ist also irreparabel. Deshalb ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, immer die richtige Adresse zur passenden Kryptowährung zu wählen. Neben der Adresse kann es je nach Kryptowährung weitere Zusatzangaben oder eben Eigenschaften geben, die dringend beachtet werden müssen für eine funktionierende Transaktion. Deshalb erkundige dich immer im Vorhinein zu jeder einzelnen Kryptowährung, welche Bedingungen für einen funktionierenden Transfer erfüllt sein müssen. Beispielsweise müssen für EOS, XML oder XRP eine zusätzliche Beschreibung, also eine Memo hinzugefügt werden. Bei Ethereum wiederum reicht es nicht aus, dass die Adresse, an die gesendet wird, auch eine Ethereum-Adresse ist, sondern es kommt auch auf den richtigen Token-Standard an. Dieser muss eben kompatibel sein. Schickst du beispielsweise Ethereum von einer Adresse mit BEP2 zu einer mit ERC20-Token-Standard, geht auch hierbei alles verloren. Deshalb mach dir bewusst, dass du immer eigenverantwortlich handelst, prüfe immer deine Aktionen und mach dir bewusst, dass verlorenes Guthaben eben nicht zurückgeholt werden kann in der Kryptowelt. An der Stelle noch ein Tipp von mir. Viele Verluste in der Kryptowelt entstehen eben auch deshalb aufgrund von Fehlern bei Transaktionen. Deshalb empfiehle ich eigentlich generell immer erst einmal, eine Transaktion mit einem wirklich kleinen Betrag zu testen, um zu sehen, ob auch wirklich alles funktioniert. Und wenn das dann der Fall ist, kann eben auch eine größere Summe transferiert werden. In der nachfolgenden Anleitung zeige ich dir eben aus, schließlich wie ein Kraken-Wollet-Transfer zum Senden und Empfangen von Bitcoin funktioniert. Daher ist diese Anleitung nicht 1 zu 1 auf andere Kryptowährungen übertragbar. Generell solltest du dich vor dem Senden und Empfangen von Bitcoin über die Bitcoin-Adressen-Kompatibilität von Kraken und deiner Sende bzw. Empfangs-Wollet informieren. Es gibt Legacy beginnend mit einer 1, Nested Secwit beginnend mit einer 3 und Native Secwit beginnend mit BC1-Adressen. In diesem Beispiel wird eben an eine Nested Secwit-Adresse gesendet. In diesem Beispiel wird eben an eine Nested Secwit-Adresse gesendet und dann eine Nested Secwit-Adresse von Kraken empfangen. Erkennbar eben an der 3 am Anfang der Adresse. Als erstes zeige ich dir, wie du Bitcoin auf Kraken einzahlen kannst bzw. eben empfangen kannst. Sobald du im Webbrowser eingeloggt bist, klickst du oben im Menü einmal auf Funding. In der Mitte der Seite klickst du jetzt auf den blauen Button Deposit, um eben eine Kryptowährung auf Kraken zu empfangen bzw. einzuzahlen. In der sich nun geöffneten Liste wählst du eben die Kryptowährung aus, welche du empfangen möchtest. Die Suchfunktion hilft dir auch bei der Suche. Jetzt bist du auf die Einzahlungsseite gelangt. Dort sollte oben im Dropdown-Menü eben Bitcoin und darunter Deposit ausgewählt sein. Um einen Wallet-Transfer im normalen Bitcoin-Netzwerk durchzuführen, sollte darunter das Bitcoin-Netzwerk und nicht das Lightning-Netzwerk ausgewählt sein. Jetzt klickst du unten nur noch auf Generate Address, um deine Empfangsadresse zu generieren. Unter Deposit Address bekommst du inzwischen deine Bitcoin-Wallet-Adresse angezeigt. An dieser Adresse kann ausschließlich Bitcoin im Bitcoin-Netzwerk gesendet werden. Erkennbar an der 3 am Anfang der Adresse handelt es sich hierbei eben um eine Nested-Secret-Adresse. Diese Adresse kopierst du und teilst sie dem Sender mit, bzw. nutzt sie eben selbst, falls du von einer anderen Wallet aus Bitcoin einzahlen möchtest. Alternativ kannst du auch den QR-Code dazu scannen. Darunter findest du noch ein paar Details, und zwar gibt der Adressstatus an, ob die generierte Adresse bereits genutzt wurde oder nicht. Um deine Privatsphäre zu schützen, wolltest du für jede Transaktion im besten Fall eine neue Adresse verwenden. Dazu klickst du, falls du eine Adresse schon benutzt hast, einfach auf den Button Generate a New Address oder eben auf Manage Deposit Address, um eine neue Adresse auszuwählen. Unter Minimum Deposit bekommst du angezeigt, wie viel du mindestens einzahlen musst für eine erfolgreiche Transaktion. In diesem Fall eben mindestens 0,0001 Bitcoin. Wenn weniger gesendet wird, geht die Sendung eben verloren und kommt nicht auf Kranken an. Unter Deposit Fee bekommst du angezeigt, wie viel Gebühr du eben für die Einzahlung zahlen musst. Diese ist eben bei Bitcoin kostenlos. Der Sender trägt jetzt eben nur noch die Adresse bei sich ein und eben mehr als das vorgegebene Minimum von 0,0001 Bitcoin und schickt diese Transaktion dann ab. Jetzt heißt es nur noch warten, bis die Sendung ankommt. Als nächstes zeige ich dir, wie du Bitcoin an eine andere Wallet senden kannst. Dazu klickst du auch oben wieder auf Funding. Dann klickst du eben auf Whistraw und suchst dort eben die Währungen heraus, die du eben senden möchtest. In dem Fall wieder Bitcoin. Die Suchfunktion hilft dir auch dabei. Du wählst dann eben die entsprechende Kryptowährung aus. Jetzt solltest du auf der Auszahlungsseite sein. Dort ist oben im Dropdown-Menü eben Bitcoin und darunter Whistraw ausgewählt. Um einen Wallet-Transfer im normalen Bitcoin-Netzwerk durchzuführen, sollte auch hier das Bitcoin-Netzwerk und nicht das Lightning-Netzwerk ausgewählt sein. Um Bitcoin zu senden, musst du nun als erstes eine Empfangsadresse hinzufügen. Dafür klickst du unten auf Add Bitcoin-Adress. Dadurch fügst du jetzt eben die Adresse hinzu, an die du deine Bitcoin senden möchtest. In dem jetzt geöffneten Fenster gibst du unter Address-Description eine Beschreibung bzw. den Namen des Empfängers ein. Du kannst hier eintragen, was du möchtest. Hier geht es einfach nur darum, dass du selber im Prinzip identifizieren kannst, zu wem die eingegebene Adresse gehört. Das Feld darunter trägst du eben jetzt die Bitcoin-Adresse aus dem Bitcoin-Netzwerk ein, an die du Bitcoin senden möchtest. Also die Adresse zum Beispiel von einer anderen Börse oder von deinem eigenen persönlichen Wallet, wie zum Beispiel einem Ledger-Wallet oder einer Bitbox. Wenn du die Adresse eingegeben hast, klickst du einfach nur noch unten auf Adresse hinzufügen. Hier wird jetzt angezeigt, dass du diese Adresse eben noch per E-Mail bestätigen musst, damit du auch wirklich Bitcoin an diese Adresse senden kannst. Da klickst du einfach einmal auf OK und gehst in dein E-Mail-Postfach und tust diese Adresse noch bestätigen. Im jetzt vorhandenen Dropdown-Menü Resorable-Adress kannst du jetzt eben die gerade hinzugefügte Adresse auswählen. Dort gibst du eben an, an welche Adresse du Bitcoin senden möchtest. Wenn du zum Beispiel mehrere Adressen schon hinzugefügt hast, kannst du dann hier auch aus verschiedenen Adressen auswählen. In das Feld Amount darunter trägst du jetzt den Bitcoin-Betrag ein, den du eben an die oben angegebene Adresse transferieren möchtest. Ich gebe jetzt einfach mal beispielsweise die Mindestmenge von 0,0005 Bitcoin an. Außerdem stehen dir hier eben vorgefertigte Prozentangaben zur Auswahl, welche du nur anklicken brauchst, wie zum Beispiel 25 oder 50 Prozent, um entsprechend so viel Prozent von deinem gesamten Bitcoin-Guthaben zu senden. Darunter bekommst du einmal den Minimum-Betrag angezeigt, den du eben mindestens in Bitcoin senden musst für eine erfolgreiche Transferierung. Und der Maximumwert, der darunter auch angezeigt wird, ist eben der maximale Betrag, den du eben an Bitcoin senden kannst, beziehungsweise eben, was dein Bitcoin-Guthaben derzeit auf Kragen ist. Als letztes bekommst du noch unter Fee angezeigt, wie viele Gebühren auf Kragen anfallen für die Transferierung. In diesem Fall sind es eben 0,00001 Bitcoin. Wenn du alles richtig eingestellt hast, klickst du unten einfach auch nur noch auf Bitcoin senden. Dann bekommst du jetzt hier nochmal eine Übersicht über alle Sendungsdetails. Also einmal, an wen das geht. Hier ist eben die Beschreibung, die du zu deiner Adresse angegeben hast. Darunter siehst du nochmal die Bitcoin-Adresse, an die du sendest. Darunter kriegst du nochmal den Betrag angezeigt, den du in Bitcoin senden wirst. Das Ganze kostet dann eben eine Gebühr, die du entsprechend darunter auch noch angezeigt bekommst in Bitcoin. Und somit also die Gesamtmenge an gesendetem Bitcoin darunter nochmal zusammengefasst. Dann tust du es ganz einfach noch mit Continue abschicken. Und damit hast du dann auch schon dein Bitcoin an deinen Ledger bzw. an deine Wallet gesendet. Das Ganze musst du dann hier, wenn du die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hast, auch noch einmal mit deinem Zwei-Faktor-Authentifizierungscode bestätigen. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Falls du noch Fragen hast, schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf jede Frage zu antworten. Abonnier auch gerne den Kanal, damit du immer das richtige Tutorial griffparat hast. Und falls du noch keinen Kraken-Account hast, melde dich am besten mit dem Link unten in der Videobeschreibung an. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.